Ja und diese European Climate Foundation wird wiederum von der Children's Investment Fund Foundation finanziert und dahinter steckt ein mächtiger Mann, ein Milliardär und Hedgefondsmanager. Früher nannte man diese Leute auch einmal Heuschrecken. Liebe Zuschauer, einen schönen Sonntagmorgen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, die Affäre um die Clan-Strukturen im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck hat es jetzt doch in den Mainstream geschafft. Hier nochmal für Sie eine kurze Übersicht, worum es dabei überhaupt geht. Ja, da haben wir einmal den Staatssekretär Patrick Reichen. Ja und der hat zwei Geschwister, Jakob und Verena, die beide in führender Position beim sogenannten Öko-Institut arbeiten. Ja und bei diesem Öko-Institut handelt es sich um einen eingetragenen Verein, der regelmäßig Aufträge im Bereich der Forschung und Beratung vom Habeckschen Wirtschaftsministerium erhält. Das war aber auch schon vorher so, also unter früheren Bundesregierungen. Das Öko-Institut besteht seit 1977. Und ja, die Agenda des menschengemachten Klimawandels wurde ja auch schon bereits mindestens in den frühen 80er Jahren begründet. Die Höhe der Dotierung dieser Aufträge, Sie sehen es hier an der Grafik, die ich beim Wirtschaftsministerium gefunden habe, belaufen sich seit dem 1. November 2019 auf rund 13,2 Millionen Euro. So, das ist das eine. Dazu kommt jetzt noch, dass ein weiterer Staatssekretär, nämlich Michael Kellner, mit der Schwester von Patrick Reichen, also mit Verena Greichen, verheiratet ist. Ja und diese ganze Familiengeschichte kam jetzt an die Oberfläche, weil der Trauzeuge von Patrick Reichen, ein Herr Michael Schäfer, Chef der Deutschen Energieagentur GmbH werden sollte. Und das ist wiederum ein Unternehmen, was dem Bund gehört und die Klima- und Energieziele der Bundesregierung ausgestalten und umsetzen soll. Also die Firma, die auch maßgeblich an dem Heizungsaustauschgesetz mitgeschrieben und mitgearbeitet hat. Was vielen Bürgern hier noch gar nicht so richtig klar sein dürfte, ist, dass dieses neue Gesetz nichts anderes als eine kalte Enteignung der deutschen Bevölkerung bedeutet. Genau wie auch der Green Deal der EU, also die Agenda Fit for 55, der ebenfalls Eigentümer dazu zwingen will, auch ältere Häuser komplett zu dämmen und zu sanieren. Was bei vielen Gebäuden aber gar nicht geht, beziehungsweise ein Abriss und Neubau billiger wäre als die ganze Sanierung. Nun gut, was wir feststellen können ist, dass sich die Immobilienpreise jetzt schon im Sinkflug bzw. Totalabsturz befinden. Und um das klar zu sagen, vielen Eigenheimbesitzern wird nichts anderes übrig bleiben, als ihre Immobilie zu verkaufen, wenn diese Gesetze tatsächlich durchgesetzt werden. Ja und das ganz einfach, weil sie die Sanierung und die neue Wärmepumpe nicht bezahlen werden können. Genau so soll es laufen, wenn diese grüne CO2-Klimalobby mit ihren wahnsinnigen Vorhaben durchkommen sollte. Ja und natürlich ist auch anzunehmen, dass die Preise, also nicht nur für Wärmepumpen, sondern auch für die Leistungen der Handwerker, die das Ganze halt einbauen sollen und müssen, schon aufgrund von hoher Nachfrage und natürlich auch aufgrund der Inflation noch weiter stark ansteigen werden. Ein Hausverwalter hat mir berichtet, dass er eine Ölheizung für ein größeres Haus braucht und die jetzt statt 40.000 90.000 Euro kosten soll. Ja gleichzeitig auch verlieren die Immobilien dann an Wert. Wie gesagt, der Immobilienmarkt befindet sich jetzt schon bundesweit im absoluten Sinkflug. Und das Übelste an diesem Gesetz ist zudem, dass sinkende Immobilienpreise auch bedeuten, dass halt die Sicherheit für die Finanzierung abschmilzt. Das heißt, dass Immobilienfinanzierungen vom Banken gekündigt werden können. Ja, wenn das Haus dann plötzlich nicht mehr 200.000 Euro, sondern vielleicht nur noch 150.000 oder 100.000 Euro wert ist. Dann kann es passieren, dass die Bank vom Häuslebauer oder auch von einer jungen Familie, die vielleicht erst gerade vor 2, 3, 4, 5 Jahren ein Haus gekauft haben, ja, einen Nachschlag fordern und das dürfte für die meisten nicht zu stemmen sein. Schwierig wird es auch für Menschen, die so langsam auf die Rente zugehen oder bereits Rente beziehen und unter 80 Jahren alt sind. Sie haben es ja mitbekommen, Robert Habeck und sein Greichen-Clan haben großzügigerweise darauf verzichtet, auch Menschen über 80 zum Heizungstausch zu zwingen. Lebenserwartung in Deutschland bei Männern ist 78 Jahre und bei Frauen irgendwas um die 82, 83 Jahre. Ja, aber auch die Menschen schon ab 50 werden von ihrer Bank in der Regel kein Geld mehr für eine Sanierung bekommen. Ganz einfach, weil Rente und Einkommen die Aufnahme bzw. Rückzahlung der Finanzierung nicht zulassen. Und somit heißt das, die einzigen, die weiter in ihren Häusern leben werden können, werden Menschen sein, die reich sind und viel auf der hohen Kante haben. Das sind aber, wie wir alle wissen, die wenigsten. Für den Rest heißt es dann, ja, ab ins Silo oder ins Pflege- oder Altenheim, wenn man es denn bezahlen kann, denn dann wird auch eine höhere Nachfrage entstehen und das wird auch alles teuer. Ja, nun stellt sich die Frage, wer denn in der Lage sein wird, die ganzen Immobilien dann zu sehr günstigen Preisen aufzukaufen, wenn sie nicht abgerissen werden. Ja, und da müssen wir uns einmal anschauen, was denn Patrick Reichen früher so gearbeitet hat. Der war nämlich von 2014 bis 2021 Direktor der Agora Energiewende. Und die ist genau wie das Öko-Institut eine sogenannte Denkfabrik bzw. eine Lobbyorganisation der Klimasekte. Spannend wird es jetzt, wenn man schaut, wer hinter der Agora steckt. Also die Agora wird finanziert von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation. Ja, und diese European Climate Foundation wird wiederum von der Children's Investment Fund Foundation finanziert. Und dahinter steckt ein mächtiger Mann, ein Milliardär und Hedgefonds-Manager. Früher nannte man diese Leute auch einmal Heuschrecken. Ja, und diese Heuschrecke heißt Christopher Hohn. Und dieser Christopher Hohn, der zu den reichsten und mächtigsten Männern auf dieser Welt gehört, auch wenn vielleicht viele ihn nicht kennen, ja, er ist ziemlich medienscheu. Ja, dieser Mann finanziert in erheblichem Maße weltweit die Klimasekte, die Klimakleber, Extinction Rebellion und, ja, mit dem Geld, was er verdient. Und der Mann verdient nicht schlecht. Das waren letztes Jahr so rund 600 bis 800 Millionen Euro. Also pro Tag rund 2 Millionen Euro. Und jetzt schauen wir uns an, womit verdient Herr Hohn sein Geld? Also zu einem großen Teil mit Immobilien und deren Finanzierung. Das kann man auch auf der Webseite des Fonds nachlesen. Und ich blende es hier ein, ich übersetze das für Sie. Das Immobilienkreditgeschäft von TCI, also die Abkürzung von Children's Investment Fund, wurde im Jahr 2014 gegründet. Der TCI, Real Estate Partners Lending Fund, investiert gemeinsam mit der Children's Investment Fund Foundation und konzentriert sich hierbei auf erst- und vorrangig besicherte Kredite für hochwertige Vermögenswerte in erstklassigen Lagen mit Schwerpunkt auf Großstädten in Nordamerika und Europa. Ja, liebe Zuschauer, so sieht das aus. Wie sagte doch Warren Buffett einmal, es herrscht Klassenkrieg. Richtig. Aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt. Und wir werden gewinnen. Tja, die Leute, die wir im Vordergrund in den Medien sehen, sind immer nur ausführende Organe, die beliebig ausgetauscht werden, wenn sie nicht spuren, wie sie sollen. Und man darf gespannt sein, wer diesen Krieg des Warren Buffett am Ende tatsächlich gewinnen wird. Ich für meinen Teil habe da noch große Hoffnung. Ganz einfach, weil wir viel mehr sind. Und es ist ein Riesenunterschied, ob eine Bombe das Haus zerstört oder es einfach von einem Klimaklan weggenommen werden soll. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Restsonntag. Bitte abonnieren Sie nicht nur unseren Kanal, sondern auch unser Politik-Magazin. Unterstützen Sie damit unsere Arbeit und empfehlen Sie uns bitte weiter. Ihnen nun alles Gute und bis bald. Fame Erst 7 8 3 Bis zum nächsten Mal.